Die Kennenlernrunde verläuft noch etwas schüchtern. Beim Thema Geschwisterchen hören alle gern zu. Was kann ein kleines Baby eigentlich schon alles? Kuscheln, trinken, jeder kann hier sein Wissen einbringen. Wir machen auch so viel A-A. Es hat sich also längst herumgesprochen. Windeln wechseln ist eine ganz wichtige Sache. Und damit die kleinen, großen Zuhause bei der Versorgung des neuen Geschwisterchens helfen können, probieren sie das Wickeln hier in lockerer Runde schon mal aus. Wenn die Kinder so ein Body anhaben, würde ich eigentlich oben anfangen und den Body ausziehen und dann die Windel aufmachen. Erfahrene Kinderkrankenschwestern stehen mit Rat und Tat zur Seite. Niemand wird gezwungen mitzumachen. Der Spaß steht im Vordergrund. Eigentlich haben die Kinder gar nicht viele Fragen. Es ist mehr so, dass wir fragen, um zu gucken, wo stehen die Kinder. Die kommen mit ganz unterschiedlichen Ideen natürlich und manchmal mit ganz lustigen Ideen zu ihren neuen Geschwistern. Und so, dass die uns jetzt fragen. Es geht ja eigentlich mehr darum, einfach über die Babys zu sprechen. Große Schwester oder großer Bruder zu werden, das ist für kleine Kinder nicht immer ganz leicht. Bald müssen sie schließlich Mama und Papa teilen. Da ist es am besten, wenn Eifersucht gar nicht erst aufkommt, sondern die Vorfreude gesteigert wird. Da ist es gut, die Kinder aus der Zuschauerrolle mit in eine aktive Rolle hineinzubringen. Zuzusehen, mitzumachen, schauen, wie der Bauch wächst, dass eine oder andere Veränderungen in der Familie stattfinden. Das, glaube ich, bezieht die Geschwisterkinder sehr gut mit ein. Und man kann dann zusammen in der Tat sich gemeinsam auf das neue Kind freuen. Auch Eltern finden das Angebot gut. Denn es ist nicht immer ganz leicht, dem eigenen Kind begreiflich zu machen, dass da ein Geschwisterchen im Anmarsch ist. Man kann sich ja selber kaum darauf vorbereiten. Von daher ist es schwierig, dem Kind das klarzumachen. Und erst recht, weil Ultraschallbilder oder sonst irgendwas, das ist so abstrakt, das können sich Kinder gar nicht vorstellen. Krönender Abschluss des Kurses, die Prüfung zum Kinderwagenführerschein. Da sind alle mit Feuereifer dabei. Wenn rot darf man erstmal, wenn das stoppt. Aber wenn drunter ist, dann geht man los. Super, so ist das. Wer so viel weiß, bekommt selbstverständlich den Kinderwagenführerschein. Jetzt kann das Geschwisterchen wirklich kommen.